Klaus Herbers ist ein deutscher Historiker für mittelalterliche Geschichte. Klaus Herbers studierte von 1969 bis 1975 die Fächer Geschichte und Romanische Philologie in Köln, Poitiers und an der Universität des Saarlandes. 1975 legte er das erste Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab. 1975 wurde er Assistent an der Technischen Universität Berlin. Herbers wurde 1980 mit einer von Harald Zimmermann und Ernst Pitz betreuten Arbeit über den Jakobuskult des 12. Jahrhunderts promoviert. Nach einer Tätigkeit im Referendariatsdienst von 1980 bis 1982 war Herbers von 1983 bis 1998 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften Mainz zur Bearbeitung der Register Imperii in Tübingen. Seit 1987 ist er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Sankt Jakobusgesellschaft. Er habilitierte sich 1994 an der Universität Tübingen mit einer Arbeit zur Papstgeschichte im 9. Jahrhundert. Im Sommersemester 1996 hatte er eine Lehrstuhlvertretung an der Humboldt-Universität Berlin. Seit 1998 lehrt er als Professor für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg. 2008 war er Gastprofessor an der École Bratite des Hautes Etudes in Paris, 2014 Fellow am Kulturwissenschaftlichen Kolleg der Universität Konstanz. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Hagiografie, das Pilgerwesen und Pilgerberichte, die iberische Halbinsel im Mittelalter und die Papstgeschichte der Karolinger Zeit. Herbers ist ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz und korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Seit 2004 hat er als Sekretär die wissenschaftliche Leitung der Pius-Stiftung für Papst-Urkunden-Forschung inne. Seit 2010 war er stellvertretender Vorsitzender und seit November 2013 ist er Vorsitzender der Deutschen Kommission für die Bearbeitung der Regista. Im Peri-EV, bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Im Jahr 2009 übernahm er die stellvertretende Leitung des Internationalen Kollegs für Geisteswissenschaftliche Forschung, Schicksal, Freiheit und Prognose, Bewältigungsstrategien in Ostasien und Europa, angesiedelt an der Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2010 ist er als Nachfolger von Helmut Neuhaus Herausgeber der Zeitschrift Archiv für Kulturgeschichte. Seit 2012 ist er Vizepräsident der Deutschen Sankt Jakobus-Gesellschaft. Seit 2014 gehört er auch der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica an. Schriften, Monografien, Geschichte der Päpste in Mittelalter und Renaissance. Reklem, Stuttgart 2014 ISBN 978-3150-192757 Geschichte des Papsttums im Mittelalter. WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2012 ISBN 978-3534-23170-6 Mit Max Kerner Die Päpstin Johanna Biografie einer Legende Bölau, Köln U. A. 2010 ISBN 978-3412-20469-3 Jakobus der Heilige Europas Geschichte und Kultur der Pilgerfahrten nach Santiago de Compostela Patmos, Düsseldorf 2007 ISBN 978-349-135012-0 Geschichte Spaniens im Mittelalter Vom Westgotenreich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts Kohlhammer, Stuttgart 2006 ISBN 3-17-0188712 Jakobsweg Geschichte und Kultur einer Pilgerfahrt Beck, München 2006 ISBN 3-406-535941 Mit Norbert Ola, Bernhard Schimmerl-Pfennig, Bernhard Schneider und Peter Thorau Pilgerwege im Mittelalter Herausgegeben in Zusammenarbeit mit damals Das Magazin für Geschichte und Kultur Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2005 ISBN 3-534187601 Mit Helmut Neuhaus Das Heilige Römische Reich Schauplätze einer tausendjährigen Geschichte Bölau, Köln U.A. 2005 ISBN 3-412-234052 Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolinger Zeit Hirsemann, Stuttgart 1996 ISBN 3-7772-9601-5 Der Jakobus-Kult des 12. Jahrhunderts und der Leber-Sankti-Jakobi Studien über das Verhältnis zwischen Religion und Gesellschaft im hohen Mittelalter Steiner, Wiesbaden 1984 ISBN 3-515-038752 Herausgeberschaften mit Gordon Blennemann Vom Blutzeugen zum Glaubenszeugen Formen und Vorstellungen des christlichen Martyriums im Wandel Steiner, Stuttgart 2014 ISBN 9783-515107150 Mit Matthias Maser, Michele C. Ferrari und Hartmut Bobzin Von Muzarabern zu Muzarabismen Zur Vielfalt kulturelle Ordnungen auf der mittelalterlichen Iberischen Halbinsel Aschendorf Münster 2014 ISBN 9783-402-14867-9 Mit Jochen Joent, das Papsttum und das vielgestaltige Italien 100 Jahre Italia Ponte Fische De Gräuter Berlin U.A. 2009 ISBN 9783-101-021467-3 Mit Wilfried Hartmann Die Faszination der Papstgeschichte Neue Zugänge zum frühen und hohen Mittelalter Bölau, Köln U.A. 2008 ISBN 9783-412-202200 Mit Enno Bünz Der Jakobus-Kult in Sachsen Nah, Tübingen 2007 ISBN 9783-8233-6332-3 Die Oberdeutschen Reichsstädte und ihre heiligen Kulte Traditionen und Ausprägungen zwischen Stadt, Ritterorden und Reich Nah, Tübingen 2005 ISBN 38233-6192-9 Mit Lenka Jirgeskova und Bernhard Vogel Mirakelberichte des frühen und hohen Mittelalters Ist gleich Miraculamädie IAEV IOS GET Säkulum XII Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2005 ISBN 3-534-16475X Mit Nikolas Jasbert Das kommt mir Spanisch vor Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen des späten Mittelalters LITI Münster 2004 ISBN 3-8258-8004-4 Jakobus und Karl der Große Von Einharz Karlsvita zum Pseudoturb in Nah, Tübingen 2003 ISBN 3-8233-60183 Mit Dieter R. Bauer Der Jakobus-Kult in Ostmitteleuropa Austausch, Einflüsse, Wirkungen Nah, Tübingen 2003 ISBN 3-8233-40123 Europa an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert Beiträge zu Ehren von Werner GOEZ Steiner, Stuttgart 2001 ISBN 3-515-077529 Stadt und Pilger Soziale Gemeinschaften und Heiligenkult Nah, Tübingen 1999 ISBN 3-8233-40107 Quellenwerke Die Registen des Kaiserreiches unter den Karolingern 751-918 Bent 4 Papstregisten 800-911 Teil 2 zu 844-872 Lieferung 2 zu 888-867 Bölau, Wien U. A. 2012 ISBN 978-3412-208134 Die Registen des Kaiserreiches unter den Karolingern 751-918 Bent 4 Papstregisten 800-911 Teil 2 zu 844-872 Lieferung 1 zu 844-858 Bölau, Köln U. A. 1999 ISBN 3-412-031984 Aufsatzsammlungen Pilger, Päpste, Heilige Ausgewählte Aufsätze zur europäischen Geschichte des Mittelalters Punkt. Herausgegeben von Gordon Blennemann, Wiebke Deimann, Matthias Maser und Christopher 20 Nah, Tübingen 2011 ISBN 978-38233-66164 aptade nä Split 4 0 T 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.